Hallo, das habe ich ja noch gar nie gesehen. Ja, gleichfalls. Ausrückend für Gleitschutz, das ist ja cool. Tom, ich kann das Pferd nicht einfangen. Ach komm, ich hole ihn. Hier, hier. Und wenn's klappt, dann wär's gut. Wenn du willst, dass dein Pferd diverse Sachen macht, wenn du willst, dass es spektakulär ist, dann muss er Vertrauen zu dir haben und vor allem Freude, das zu machen. Das ist das Geheimnis. Mit ihnen leben, sie lieben und lernen, wie sie funktionieren. Geheimnis. Hey, Warte. Hey, du Görbe. Der wächst nicht so noch. Ich habe einen Notfall. Ich brauche Hilfe. Mein Mann hatte einen Unfall. Untertitelung im Auftrag des ZDF-Handler. Wunderbar. Wunderbar. Amen.